Moin Moin und mal wieder herzlich willkommen bei eurem Glaskarten-Wiki-Podcast. Ich bin der Nils und wir sind heute mit dem hilfreichen Thema am Start, Pannakur im Aquarium. Ja, der eine oder andere wird bestimmt schon mal von euch einen Planarienbefall im Aquarium gehabt haben und recht schnell nach ein bisschen googeln auf das Mittel Pannakur gestoßen sein. Das wirklich sehr effizient in seiner Wirkungsweise ist, aber es gibt einige Dinge bei der Anwendung zu beachten. Das rezeptpflichtige Pannakur ist ein Antillen-Mintikum, also ein Entwurmungsmittel und kommt aus der Veterinärmedizin. Der Wirkstoff in Pannakur ist Phenbendazol. Wie wirkt Pannakur? Der Wirkstoff von Pannakur, Phenbendazol, gehört zu der Wirkstoffgruppe der Imatozole. Phenbendazol hemmt die Polymerisation des Strukturproteins Tubulin zu den röhrenförmigen Mikrotubuli, die Bestandteil des Zellskeletts oder Zytoskeletts der Würmer sind. Dadurch werden die Würmerzellen instabil und die Nährstoffaufnahme ist gestört. In der Folge erschöpfen sich die Energiereserven des Wurms und er stirbt ab. Dieser Vorgang kann zwei bis drei Tage dauern. Phenbendazol bzw. Pannakur wirkt nicht nur gegen Planarien und Saugwürmer, sowie auf Krebsen der Gattung Scherax aufsitzende Temlokofaliden und Hydren im Aquarium, sondern auch gegen Nematotoden, Spulwürmer, Hakenwürmer, Giardien und Bandwürmer. Pannakur hat insbesondere auch eine abtötende Wirkung auf die Eier von Nematoden. Woher bekommt man Pannakur? Da Pannakur rezeptpflichtig ist, muss man es zwingend bei einem Tierarzt holen. Das Wurmittel hat zwar keine behördliche Zulassung für die Verwendung im Aquarium, jedoch kann der Tierarzt das Medikament jederzeit auch für die Verwendung im Aquarium umwidmen. Pannakur gibt es in Tablettenform als Paste und auch als flüssige Suspension. Und wie dosiere ich? Da Pannakur nicht für die Verwendung im Aquarium zugelassen ist, gibt es auch keine offizielle Dosierungsanleitung für aquaristische Zwecke, die auf veterinärmedizinischer Forschung beruhen würde. Alle Dosierungsempfehlungen, die man im Internet findet, beruhen auf Versuch und Irrtum von Laien. Daher weichen sie meist auch geringfügig voneinander ab. In der Folge beschreiben wir die Dosierungsanleitung, die sich bei uns in der Praxis bewährt hat. Zur Bekämpfung von Planarien oder Hydra im Aquarium und auch von Saugwürmern auf den Garnelen, Temnocephaliden bei Krebsen und Kiemwürmchen bei Fischen, dosiert man 0,5 bis 1 Milligramm Phenbindazol je 1 Liter Aquarienwasser. Achtung! Diese Mengenangabe bezieht sich auf den reinen Wirkstoff. Pannakur gibt es für Hunde, Katzen, Pferde, Schafe, Schweine, Rinder etc. pp. Und die Darreichungsform und die Wirkungsstoffkonzentration in den einzelnen Mitteln unterscheiden sich stark. Also Augen auf und die Packungsbeilage genau lesen. Die Aufbereitung fürs Aquarium. Pannakur ist nicht wasserlöslich. Daher muss man eine Suspension herstellen, wenn man es im Aquarium anwenden möchte. Dazu gibt man die abgemessene oder abgewogene Paste oder die zerstoßene abgewogene Tablette in einen dicht schließenden Becher mit Deckel und fügt ein wenig lauwarmes Wasser hinzu. Gut verschließen und kräftig schütteln, sodass sich das Medikament ordentlich im Wasser verteilt. Ein einfacher Trick zur Dosierung von Pannakur. Wer keine Feinwaage hat und das Pannakur also nicht Milligramm genau abwiegen kann, greift zu einem einfachen Trick. Man löst die Tablette oder die Paste in genauso viel Wasser in Milliliter auf, wie Milligramm Phenbindazol enthalten sind. Hat man also beispielsweise eine Tablette mit 250 Milligramm Wirkstoff, so zerreibt man sie fein und verrührt das Pulver in 250 Milliliter lauwarmem Wasser. Eine Tablette mit 500 Milligramm Wirkstoff dann entsprechend in 500 Milliliter. Bei der Paste schaut man, wie viel Phenbindazol in der Einheit vorhanden ist. Sind es beispielsweise 50 Milligramm, nimmt man 50 Milliliter Wasser. Gut schütteln. Von dieser Suspension kommt dann 1 Milliliter pro Liter Aquarieninhalt ins Becken. Bitte achte darauf, dass du Pannakur nicht überdosierst, aber auch nicht unterdosierst. Bei Überdosierung kann es zu Deformierung bei den Garnelen kommen. Bei Unterdosierung überleben einige Planarien und entwickeln dann Resistenzen auf das Mittel. Die Nebenwirkungen im Aquarium. Zuerst einmal bei Garnelen. Bei starker Überdosierung kann Pannakur Nebenwirkungen auf Garnelen haben. Die Tiere zeigen dann Deformationen im Kopfbereich, die aussehen, als wären sie mit Karacho gegen die Scheibe geschwommen. Auch bei Normaldosierung kann Pannakur zu einer Vermehrungspause bei Garnelen führen. Von Krebsen wird Pannakur in der Regel gut vertragen. Und bei Schnecken? Pannakur hat nicht nur eine tödliche Wirkung auf Planarien, sondern auch auf viele Aquarienschnecken. Malayische Turmdeckelschnecken, genoppte Turmdeckelschnecken, Blasenschnecken und Ponstonschnecken schadet die Behandlung nicht. Alle anderen Aquarienschnecken wie Apfelschnecken, Thyluminania, Nixenschnecken, z.B. Rennschnecken, Napfschnecken, Geweihschnecken, Protia, Biljano-Schnecken usw. überleben eine Behandlung mit Pannakur nicht. Da sich Pannakur nicht im Wasser löst, setzt sich das Medikament während der Behandlung im Bodengrund ab. Hier wird es nicht gut abgebaut, es kann daher auch noch nach Monaten neu ins Aquarium gesetzte Schnecken töten. Berichten zufolge können Schnecken bis zu 6 Monate nach einer Pannakur-Behandlung noch sterben. Der Bodengrund muss daher entweder wiederholt sehr gut abgesaugt oder gleich ganz ausgetauscht werden, bevor die auf Pannakur empfindlichen Schnecken wieder eine solche Art behandeltes Becken zurück dürfen. Erfahrungen aus der Aquaristik zeigen, dass auch die Fruchtbarkeit von Schnecken, die Pannakur eigentlich überleben, durch das Mittel beeinträchtigt sein kann. So wurde in behandelten Aquarien beobachtet, dass Posthornschnecken und Blasenschnecken zwar weiterhin Gelege ablegen, die Eier sich jedoch nicht entwickeln. Die betroffenen PAS wurden in ein nicht behandeltes Aquarium umgesetzt und legten nach zwei Wochen dort wieder fruchtbare Gelege ab. Bei Turmdeckelschnecken wurde in den behandelten Aquarien etwas verminderte Aktivität beobachtet. In den behandelten Aquarien vermehrten sich die Schnecken nach gründlichem mehrfachen Abmulmen des Bodengrunds ebenfalls wieder, was nahelegt, dass es sich bei der vorübergehenden Unfruchtbarkeit tatsächlich um eine Folge der Pannakur-Behandlung gehandelt haben könnte. Die Vorbereitung auf die Behandlung Schnecken absammeln Bitte beachte, dass die Wasserschnecken Planarien in ihrem Mantelgewebe beherbergen können. Manchmal legen Planarien auch ihre Eier in der Schnecke ab. Vor der Behandlung aus dem Aquarium abgesammelte Schnecken dürfen nicht in die behandelten Becken zurückgesetzt werden, um eine Wiedereinschleppung von Planarien zu vermeiden. Planarien fangen Vor der Behandlung sammelt man nicht nur alle Schnecken ab, für die Pannakur tödlich wäre, es ist ebenfalls sinnvoll, die Planarien zuvor ebenfalls zu dezimieren. Dazu eignet sich der Einsatz einer Falle. Tut man dies nicht und sterben die Würmer massenweise ab, kann es zu Problemen mit den Wasserwerten kommen. Die Links zu einigen sehr effizienten Planarienfallen findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Aktivkohle entfernen Stelle vor der Behandlung sicher, dass du keine Aktivkohle in deinem Aquariumfilter hast. Sie würde den Wirkstoff sofort wieder aus dem Wasser ziehen. Sprudelsteine oder ähnliches vorbereiten Das Aquarium sollte während der Behandlung mit einem Sprudelstein, einem Oxidator oder etwas ähnlichem mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden, um einem Sauerstoffmangel vorzubeugen. Die abgestorbenen Würmer werden von Bakterien verstoffwechselt und die benötigen Sauerstoff. Die Vorgehensweise Das Gemisch von Wasser und Pannakur wird dann ins Aquarium gegeben. Achte darauf, dass sich die Suspension gleichmäßig verteilt und stochere auch den Bodengrund mit einem Schaschlikspieß oder etwas ähnlichen durch, damit auch die Planarien, die im Boden sitzen, vom Pannakur erwischt werden. Nach etwa 2-3 Tagen solltest du eine deutliche Verringerung der Anzahl der Planarien im Aquarium sehen. Nach 5 Tagen wechselst du ca. 50% Wasser und mulmst den Bodengrund sehr gründlich durch. Bei einer starken Wassertrübung oder wenn die Tiere im Aquarium sich seltsam verhalten, kann ein früherer Wasserwechsel nötig werden. Nach diesem Wasserwechsel gibst du nochmals Pannakur ins Aquarium, dieses Mal nur die halbe Dosis, weil du mit dem Wechselwasser genau die halbe Dosis entfernt hast. Warte nochmals 5 Tage ab und wechsel dann wieder ca. 50% des Aquarienwassers. Auch jetzt solltest du den Bodengrund nochmals sehr gründlich absaugen und durchmullen. Nun brauchst du nicht mehr nachzudosieren. Du kannst nun entweder über Aktivkohle filtern und das Pannakur im Wasser damit entfernen. Es ist aber ebenfalls möglich, dass du das Medikament einfach durch die normalen Teilwasserwechsel entfernst. Beim Wasserwechsel solltest du jeweils den Bodengrund gut reinigen, da sich hier Pannakur absetzt. Dieses Wasserwechselwasser solltest du wegen der Förderung von Resistenzen jedoch nicht einfach in den Abfluss kippen. Es ist besser, das Wasser so zu entsorgen, dass es nicht in den Abwasserkreislauf gerät und vorher gründlichst über Aktivkohle zu filtern. Die Aktivkohle sättigt sich allerdings mit der Zeit und muss daher häufig getauscht werden, damit sie wirkungsvoll bleibt. Sie wird im Hausmüll entsorgt. Wie in unserem Wikiartikel für das Antibiotikum bei Tril beschrieben, kann es sinnvoll sein, das Pannakurhaltige Wasserwechselwasser weit ab von natürlichen Wasserläufen oder Abwasserschächten einfach auf die Erde zu gießen. Hier wird es nach und nach von Bodenbakterien abgebaut und kann dann keinen Schaden mehr anrichten. Die Nachbehandlung Pannakur zerstört nicht alle Planarien-Eier. Daher solltest du unbedingt nach zwei bis drei Wochen nochmals nach der obigen Anleitung behandeln, um auch die Planarien zu erwischen, die in der Zwischenzeit geschlüpft sind. Alternative zu Pannakur Es gibt mittlerweile schon gegen Pannakur resistente Planarien-Stämme und auch Stämme von Saugwürmern. Wenn also die Pannakur-Behandlung nicht anschlagen sollte, muss man auf ein anderes Mittel ausweichen. Alternativ hat sich Flubenol mit dem Wirkstoff Flubendazol bewährt. Allerdings ist Flubenanol für sämtliche Aquarienschnecken tödlich giftig. Ja, das soll es heute zum Thema der erfolgreichen Bekämpfung von Planarien mit Pannakur gewesen sein. Ich denke, der eine oder andere wird von euch wahrscheinlich schon ungewollterweise einen Planarienfall in seinem Aquarium gehabt haben und wird hier rechtszügig auch zu Pannakur gegriffen haben. Die Dosierung und Anwendung kann sich doch schon ein bisschen als schwierig gestalten und ich denke, mit dieser Anleitung können wir einigen von euch da draußen helfen. Ansonsten hoffe ich doch sehr, dass euch dieser Podcast wie immer gefallen hat. Die Produktlinks und den Link zum ausführlichen Wiki-Beitrag findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, euer Nils von Glaskarten. Wir hören uns das nächste Mal.